Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus Jesus. Blagadat, Famii, Mer, Wiedboga, Otsa, Nashoi, i Gospoda, Iisusa Christa. Geliebte Gemeinde, es ist ein schönes Bild, dass der Prophet Micha dafür uns malt. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken. Uloblena Spilnota, garno Kartino malue nam Prorok Michei. Jeder wird leben unter seiner Weinstock und Feigenbaum, und niemand will sie nicht bemerken. Dieses Bild spricht mich sehr an. Ich mag Weinstöcke und habe in meinem Leben an den verschiedensten Orten schon welche gepflanzt. Diese Kartino sagt mir sehr viel. Mir sind die Weinstock und ich sie in ihrem Leben auf vielen Bereichen. Bis aber dieser Frieden einmal erreicht ist, mit der Möglichkeit einmal ausruhen zu können und dem Wein beim Wachsen und Reifen zuzusehen, ist es ein Weg. Dieser Weg führt von Schwertern zu Flugschar. Gott spricht zur ganzen Welt und die Verheißung meint die ganze Welt. Es können nicht nur 60% Frieden haben. Entweder alle haben Frieden oder niemand. Und Frieden meint nicht nur das Gegenteil von Krieg, sondern Gerechtigkeit und Lebenschancen. Schwerter werden viele geschwungen, wenn man so will. Wo ein Mensch dem anderen bewusst schaden will, da schwingt er ein Schwert. Wo ein Mensch etwas haben will, auf das er kein Recht hat, da schwingt er ein Schwert. Auch ein hartes, liebloses Wort sticht und schneidet wie ein Schwert. Wo ein Mensch dem anderen seinen Anteil an den Gütern dieser Welt vorenthält, da schwingt er ein Schwert. Der Slogan Schwerter zu Flugschar wurde sogar im Kommunismus aufgegriffen. Auf dem Liedblatt ist das Mahnmal Schwerter zu Flugscharren abgedruckt. Der Bildhauer Evgeny Vyoktorowitsch Vucetitsch hat es gestaltet. Im Jahr 1959 schenkte es die Sowjetunion an die Vereinten Nationen. Bis heute steht es in New York vor dem UN-Gebäude. Ob diese Figur nur Propaganda sein sollte oder die ehrliche Botschaft ausdrückte, dass auch in der Sowjetunion die Sehnsucht nach Frieden bestimmend war, wird bis heute lebhaft diskutiert. Drei Aspekte aus dem Text des Propheten möchte ich besonders herausgreifen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Krieg ist kein Naturzustand, wenn wir diesen Worten folgen. Krieg ist gelernt und das meint wohl auch, dass Krieg wie das Essen mit Messer und Gabel auch von einer Generation auf die andere übergeht. Durch Gottes Botschaft kann das unterbrochen werden. Krieg ist nicht einfach Teil der Schöpfung. Und wir müssen nicht einfach damit leben und uns fügen. Wiener nicht muss sein. Nassistung und Nesprawiedlichkeit nicht haben правe nach ist. Wir sind nicht einfach Teil der Żyheit. Und wir müssen nicht einfach leben und uns fügen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen. Für den Krieg steht das Schwert aus kaltem Metall, hart und scharf. Für die Arbeit zum Frieden hin steht der Pflug. Für den Frieden aber stehen die Blätter und Früchte, die sich in unsere Hand schmiegen, die nicht verletzen, aber wachsen. Ich blicke dann auf das Bild des Denkmals aus Metall, aus Bronze. Warum ist der Schmied nur so kantig und knobig? Was soll es bedeuten, dass ein Mensch so dargestellt wird? Wir kennen das von den vielen, vielen Mahnmalen zum Frieden der Weltkriege. Auch dort sind die Soldaten meistens jung und muskulös und haben kantige Gesichtszüge noch im Tod. Wie schön wäre es, wenn der Schmied eine Glatze hätte, einen kleinen Bauch, Falten und ein lächelndes Gesicht. So sieht nämlich Frieden für mich aus, wie du und ich, nicht wie ein idealisierter Held in seiner Verkrampfung. Wie gut wäre es, wenn Kowalw war ein Lieser und hat ein kleines Gesicht, mit einem kleinen Hauch und ein Schmerz und ein Schmerz auf dem Gesicht. Denn so sieht mir der Welt, ähnlich wie mir und zu dir, nicht so an idealisierten Geroen in seinem Sodom. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrnwort von Jerusalem. Gott spricht nun zu Menschen. Gott selbst wird Mensch, damit Menschen verstehen und lernen, damit wir alle neue und bessere Wege einschlagen. Gott jetzt sagt nun zu Menschen, dass Gott selbst die Menschen, damit Menschen verstehen und lernen, dass wir alle Menschen verstehen und lernen, damit wir alle neue und bessere Wege. Gott durchbricht auch die Illusion eines Friedens, der nur behauptet wird, uns geht es doch gut, ist noch lange kein Frieden. Gott auch rüchne die Illusion des Friedens, die nur stürzt, dass wir alles gut ist, dass wir nicht mehr Frieden. Wer die Frage stellen kann, geht es dir gut, der ist schon einen Schritt auf dem Weg zum Zion. Wer dann fragt, was kann ich tun, dass es dir besser geht, der ist unterwegs zum Zion und zum Nächsten und damit auf dem Weg des Friedens. Gott schenke uns ein Herz und einen Verstand, der so fragen kann. Er segne unsere Schritte auf diesem Weg. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Können und Verstand, bewahre Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Amen. Er ist ein Herz, der Friede Gottes, der Friede Gottes, der Friede Gottes und Wahrheit, die sich für unsere Gerichte und Wahrheit deutlicher. Er ist ein Herz, der Friede Gottes, der Friede Gottes, die Jesus erinnert, Vielen Dank.